Auf Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herr Gott, nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Haus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ah! ен Wo ist Hauptmann? Muss der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das. Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Oh Gott. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Kommt, Kommando. Rücken Sie sofort schocken in Wagen vor. Alle Unterlagen unserer Truppenbewegungen müssen zerstört werden. Danach stoßen Sie an der Kathedrale zu Rest unserer Schreifkasse. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Hände. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerl. Los! 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 Ziel ausgestaltet! Ziel getroffen! Sechs Uhr! Hinteraus! Feindbeschuss! Pack los! Melde volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Kann er nicht einfach Ja sagen? Strengen Sie sich gefälligst an! Ich arbeite dran! Wir chilen Sie! Not an Sie! Schnell auf! Ich habe die Kralle im Verlust und sich zusammenlaufen! Ach. Ich bin nichts. Ich bin ein Fluss beim Verlust. Schnell auf! Ich schlage mich zu den Flughafen. Die Abwehrgeschütze sind durch. Du bist verrückt, Peter. Die Abwehrgeschütze sind durch. 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 Wir brauchen Weckung!